Schön, schön, aber Offenbach war einfach bei vielen Vereinen gespielt, aber Offenbach war für mich Heimann. Ich habe mich sowas wohl gefühlt, auch mit den Zuschauern, ich konnte auch mal schlecht spielen, das sehe ich heute noch so. Erwin weiter, 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 wenn es mal schlecht lief und das war großartig von Offenbacher. Der dich nicht vergessen hat und den du nicht vergessen hast, den natürlich auch eine Botschaft übermittelt und ein Brief. Und ich würde sagen, vielleicht Jörg, wir lesen den zusammen. Das können wir gerne machen. Also, der Offenbacher Fußballklub Kickers, 1901 e.V., der schreibt dir, Lieber Erwin Kosteter, wir möchten Ihnen, stellvertretend für unsere Offenbacher Kickers und allen Menschen, die sich diesem Club verschrieben haben, zumindest auf diesem Weg ganz herzlich zu Ihrem 75. Geburtstag gratulieren. Dankeschön. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und Liebe und in dieser ganz besonderen Zeit vor allen Dingen Gesundheit. Auch schön, danke. Sie haben sportlich wie menschlich unserem Club ganz wesentliche Impulse gegeben. Wann und wo auch immer man über Kickers Offenbach spricht, Erwin Kosteter ist gefühlt stets dabei. Als Sie 1971 vom Renommee-Club Standard Lüttich und somit wieder zurück in Ihr Heimatland, die noch junge Bundesrepublik Deutschland, als belgischer Torschützenkönig zum Liebererberg kam, da war das per se schon eine kleine Sensation. Und Sie brachten ein ganz anderes Fußballflair mit. Sprichwörtlich eine Augenweide, eine elegante Spielweise mit viel Technik, ein Spielwitz, einer sehr bemerkenswerten Ruhe am Ball und last but not least mit Toren, die man nicht vergessen kann. Wir haben es eben hier gesehen. Viele Menschen, die diese Blütezeit der Kickers Anfang bis Mitte der 1970er Jahre unmittelbar miterleben konnten, wurden dadurch rot-weiß geprägt und blieben den Kickers treu. Auch in den vielen schweren Jahren, die unser Klub später durchmachen musste. Aber auch jüngere Zuschauer, die diese Zeit nur aus Erzählungen oder dank YouTube kennen, wissen, dass sie eine Identifikationsfigur und ein Symbol für diese wunderbare Kickerszeit waren und sind. Die Anerkennung und Zuneigung für Sie war bei Ihren späteren Besuchen stets zu spüren und sorgten immer wieder für Gänsehautmomente. Auch bei Ihrem ersten Auswärtsspiel in Offenbach im Trikot der alten Dame Hertha im September 1975, wir sprachen noch schon eben gerade mal darüber, im Trikot der UFC-Traditionsmannschaft gegen die Uwe Seeler-Traditionsmannschaft im Rahmen der Aktion Rettet den Biberer Berg im März 1992 oder bei Ihrem Besuch im Februar 1998 anlässlich des Halbenspiels der Kickers gegen den SC Neukirchen. Dass die gute alte Zeit in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland in den 1970er Jahren eben nicht immer gut war oder manchmal auch gerade das Gegenteil davon, erfahren die Fußballfreunde nun aktuell durch den sehr eindrucksvollen, guten und einfühlsamen Film Schwarze Adler. Ein ganz wichtiger Beitrag für das menschliche Zusammenleben, auch außerhalb des Fußfalls. Mit einem klaren, persönlichen Blick auf diese Zeit in der Rückschau leisten Sie, lieber Erwin Kostele, als ein Hauptprotagonist des Films einen ganz wichtigen Beitrag zur Aufklärung und zur Sensibilisierung im menschlichen Miteinander. Am Rande bemerkt, dass das UFC-unabhängige Fanstein Erwin ein Gedenk ihrer 1994 so genannt wurde und auch noch nur 2021 unverändert ganz oldschool in Schwarz-Weiß-Druck mit Erfolg herausgebracht wird, passt irgendwie genauso in das Kickerspiel beziehungsweise rundet es ab. Denn die Geisteshaltung des Erwin lässt sich mit den Begriffen gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Gewalt und gegen Homophobie charakterisieren. In diesem Sinne, alles hat seine Zeit, nie aufgeben und immer gemeinsam. Lieber Erwin Kostele, wir würden uns sehr freuen, Sie, sobald das Leben wieder eine gewisse Normalität zurückgewonnen hat und auch Fußballfans ins Stadion zurückkehren dürfen, auf Bibers Höhen wieder einmal zu einem Spiel unserer Kickers begrüßen zu dürfen. Noch einmal alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald. Danke. Mit herzlichen rot-weißen Grüßen. Das ist nett, sehr gut. Und ich werde auch vom Biberberg wieder kommen. Ich finde doch, dass ich nicht vorher sterbe, aber ich finde doch, dass ich jetzt noch klasse. Aber wenn die Zucker wieder schießen kann, dann bekomme ich gerne noch auf den Dach. Weil ich immer gerne noch auf den Dach bekommen. Immer. Immer gerne. Und das merkt man einfach unmittelbar, wenn man sie so sprechen hört und einfach mit der Empathie einfach eine tolle Sache. Also für mich, ich habe überall gespielt, also Berlin im Frankreich, ein Deutscher Verein, der FC ist für mich die Nummer eins. Auch menschlich. Nicht nur spielerisch, auch menschlich habe ich mich im Hoffenball sehr wohl gefühlt. Der Menschenschlacht, der gefällt mir sofort, auch meiner Frau. Da habe ich gedacht, hier bleiben wir Leben lang. Aber sollte nichts sein. So ist der Fußball manchmal. Das Leben zu spüren, ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall riesig, wenn Sie wieder da sind. Ja, ich werde auch schon. In solchen Traditionskrebs wie Standard Mütig und in dem Fall Brügge im sogenannten Endspiel in der Meisterschaft und dann den Schritt nach Offenbach in die zweite Liga, damals Regionalliga Süd. Ja, ja. Ja, richtig. Okay. Ich bin ja nach Offenbach, da waren sie noch in der ersten Liga. Da waren sie in der ersten Liga. Und deswegen bin ich auch gekommen. Okay. Und dann war alles schon klar. Ich habe schon in der Wohnung gewohnt bei der Familie Grimm. Also das war eine Villa war das. Und wir haben oben gewohnt und wir haben unten gewohnt. Okay. Und das hat mir so gut gefallen alles. Ja, und dann natürlich musste der Dings auch noch musste absteigen. Und der Herr Canellas durfte auch nicht mehr den Verein führen. Ja. Ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir. Dann kam sofort einer von der, die andere, der, 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 nachdem ich zur Standard Lützig gebracht habe, der Herr Bahrain. der kam ja auch sofort wieder an. Okay. Und ich sagte, nee, ich bleibe hier, komm, Ende aus, Oder meine Frau, wenn ich jetzt ehrlich bin, hat meine Frau gesagt, wir bleiben hier. Ich wäre glaube ich gegangen, nach Fähnert oder nach Dingfühlt zurück. Naja, was man ja natürlich auch einem Spieler nicht verdenken kann, wenn du in der Blüte deiner Jahre bist und du kriegst ein Angebot irgendwo, vielleicht auch im Ausland, Ajax Amsterdam, das ist ja ein Name. Damals im Europapokal der Landesmeister Champions League gab es ja noch nicht. Bei so einem Klub zu spielen oder in Offenbach in der zweiten Liga, dann überlegt man schon. Das ist schon richtig. Also müssen wir uns eigentlich bei deiner Frau bedanken. Ja, 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 also das ist wirklich wahr. Hundertprozentig. Man kann dann einfach auch sehen, dass Frauen manchmal einfach die beste Entscheidung für einen treffen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wenn ich auch meine Frau immer gehört hätte, dann hätte ich auch kein Geld verloren. Aber es war so, dass eigentlich im Vertrag sowas ja nicht geregelt war, oder? Weil sonst hätte ja der Konrad nicht sagen müssen, Herr Kostete, jetzt haben wir eine neue Situation. Wenn Sie gehen wollen, legen wir Ihnen keine Steine in den Weg, weil so war es ja eigentlich nicht geplant. Wir wollten ja nicht mit Ihnen in der zweiten Liga spielen. Richtig, richtig. Richtig, ganz genau. Und das ist fair, finde ich. Ja, natürlich ist das fair. Alles ist total fair. Und damit nahm alles seinen Lauf. Vier Jahre in Offenbach, die einfach unvergesslich sind. Wichtig war natürlich auch, dass wir aufgestiegen sind. Das war sehr wichtig, war das. Und sonst wären auch nicht viele geliehen. Wenn wir nicht alles so geschafft hätten, muss ich wirklich sagen. Da waren da viele Spieler alle dabei. Decks und... Wille. Was für ein Spiel war das? Gegen der 2.0 in St. Pauli, glaube ich. Ach so, in dem letzten Spiel. Das war das letzte Spiel. Und die waren auch voller Hüte, ne? Gegen den Aufschläger und dann sind wir aufgestiegen. Und da ross er nicht runter, ne? Da war es sauer. Walter oder wer war da? Oder Dieter Müller? Nee, Walter Krause. Walter Krause, ne? Wahrscheinlich, ja. Walter kam in den Rhein und machte das mit anderen. Hat er auch Sorgen gemacht, der Walter noch? Glaube wohl, ne? Der Walter hat doch mindestens eins, vielleicht sogar zwei gemacht. Ich weiß es nicht, ich war schon betrunken. Freude trunken waren fast alle. Das ist auch unglaublich. Total sauer war ich da, ne? Weil nach dem Abpfiff so, bist aufgestiegen, herrlich. Ich ging in die Kabine rein, umgezogen schon. Und, naja, die anderen waren am Turm, alles draußen, ne? Und dann, das war ja da, da sind wir nach Höheulstern, wo wir in Deutschland waren. Da haben wir dann mit dem Servilium, haben wir dann zusammen gefeiert, so ein bisschen, ne? Und da, der Kuluklötzer, die Nacht gekommen, vom Präsidenten, der ist ein Trainer mehr. Das kann man sich nicht vorstellen. Aufgestiegen. Während der Meisterfeier. Während der Meisterfeier. Oder während der Aufstiegsfeier. Weg. Das gibt's doch nicht. Ja, und dann bin ich dann mal vorbei und da haben wir gesagt, komm mal her. Dann haben wir gesagt, komm mal her. Und, ja. Ja, was. Ja, so. Ja, und dann bin ich da wieder rein und so. Und da hat er zum Pöden noch gesagt, die war so ein... Ich glaub doch nicht, also, ne? Das sind ja... Ach so, willst du jetzt auch weg, sagt er? Willst du jetzt auch weg? Also, mehr schon so eine Art Drohung, ja? Ja, da bin ich dann, hab mich umgedreht und bin dann gegangen. Und, äh, naja. Ja, aber so geht man nicht mit so erfolgreichen Leuten um, oder? Na, Corona war, also, der Kuluklötzer war so aufgestiegen, ne? Ja. Aber man hat erzählt, mit der Mannschaft schreibt jeder auf. Und ich hab mal erzählt, so. Naja. Und ich muss, ich bin nicht so nah für den Herrn Böhm. Aber so, das hat er nicht viel anderes gehabt. Also, das muss ich wirklich... Das sag ich ja auch, kommt auch so. Ja. Äh, äh, hat sich ein bisschen reingrutschen lassen, so und so. Und, äh, ich hätte nie einen Kulutscher hatten gelassen, nie. Nee. Das hat man dann gesehen. Dann war aufgeschrieben, sind wir aufgeschieben? Mhm. Und dann hat man dann gesehen, aber das schaffte man nicht, ne? Sonst, ne? Und, äh, ja, ja. Und der Ritter Kuno hat ja nicht umsonst seinen Kosenamen gehabt, Ritter. Er war eigentlich menschlich über jeden Zweifler haben. Ja, Kuno. Und nach ihm kam Julia Lorentz. Genau. Ja. Weil Offenbach auch mal einen großen Namen brauchte. Ja, hatte ich noch... Ach, gut, aber... Ja, aber große Namen kosten Geld. Dann hatte ich den dann das zweite Mal, ja, als Trainer, in Julia. Ja. Ja, den habe ich gehabt, äh, in Düssel, in Düssel, ne, in meiner ganz Zeit, und, äh, jetzt, äh, in Offenbach, ja. Und wie war das mit dem Wiedersehen dann? Wie war das alles für ein Gefühl? Ja, er hat, äh, ich war dann, äh, vier Jahre älter, ne? Ich war ja vier Jahre alt, ist er ins Land gegangen. Mhm. Und, äh, und er wusste, dass ich ja in Offenbach, wie er war, ne? Und, äh, auch in der zweiten Liga war ich, ne? Ich hab da übergeschossen. Und, äh, das wusste ich ja auch, ne? Okay. Er kam das Wort zu mir, und, äh, haben mich alles verkehrt, und so, wie das ja wissen, ne? Ja. Und er kannte mich ja auch. Und, äh, er, er wusste auch meine Stilweise und, 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 aber er wollte, ey, er hatte nie, ob er nie auf den Bänden gekommen hat, um mich wegzuschicken. Ja. Aber, äh, äh, ich kannte ihn auch, ganz klar. Also, er war schon ein Fuchs, das muss ich ehrlich sagen. Er war schon ein Fuchs, muss ich sagen. Ich war ja vier Jahre jünger, aber da, wenn ich mich noch, ne, hab ich mir das angehört, hab ich immer mit dem Augen geschmacken, ne? Und dann hab ich in Duisgut noch Theater gemacht, bin dann in der Häuselang, Duisgut gekriegt und so, und dann hat er mich einmal besucht. Und er hat gesagt, hey, wenn du jetzt so weitermachst, zwei, drei Tage noch, dann bist du weg. Und direkt, ja, noch 20 Jahre. Und dann hab ich gesagt, nee, aber irgendwie. Ich bin festenbezeugt. Das ist irgendwie von mir ein bisschen ein Großtum. Wer auch noch hat er nicht in der Häuselang? Vielleicht nicht, ne? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, also ich hab neulich ein Interview gelesen mit Paul Breitner, der hat gesagt, ohne Gerd Müller wären die Bayern nie da, wo sie jetzt sind. Man kann aber auch sagen, ohne Gerd Müller wärst Du, hättest Du viel mehr Einsätze in der Nationalmannschaft. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das war halt so eine Konstellation, an dem kam keiner vorbei, ne? Aber wenn und wenn, aber auf jeden Fall. Das nutzt ja nichts. Hab ich auch viel falsch gemacht, das kann jeder hören. Aber auch eine ist richtig gemacht, hab ich auch. Das denk ich auch. Du magst Offenbach, da sprech ich gerne über Offenbach. Weil, irgendwie fühlte ich mich, und das kannst du ruhig da filmen und machen und weitergeben, fühlte ich mich so offen, dass ich das einhörst kann, sofort dazugehörig. Irgendwie, die wollen die hier. Und die kennen das an und das weiß ich. Und es kam auch Ahnung vom Fußball. Und das war für mich natürlich auch. Und dann ist das in Ordnung. Aber, äh, wie ich das erste Mal da gespielt habe, da hab ich sofort gemerkt, da ist irgendwas ganz tolles in Offenbach. 100%ig. Und, äh, wenn man das fühlt, da könnte bei Real Madrid spielen alles. Und das hab ich, weil, mit oder nicht, da offenbar sofort gespielt. Und, äh, selbst meine Frau hat zu mir gedacht, Erwin, wir bleiben hier. Äh, hier baust du das auf, sette ich aus und jetzt fertig. Aber das stimmt ja nicht. Musst du nach Berlin, weil der Leowen, äh, Böhm, mochte mich auch nicht so richtig. Aber vielleicht war es wirklich so vom Gefühl her, sag ich mal, wahrscheinlich so, dass du gemerkt hast, oder dass ihr gemerkt habt, dass da Menschen sind, die es einfach, ja, ähnliche Menschen, die einfach Fußball sehen wollen. Und und das war noch nicht so eine schicke Miki sage ich auch, wenn die in der ersten Liga gespielt haben, ne? Ja, ist schon richtig. Das ist das richtig geworden, muss ich ehrlich sagen, das stimmt schon. Äh, aber, äh, Äh, Öhm, 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 Öhm. Also das muss ich auch. Wenn ich zu Hans mit meiner Frau mal umgefahren bin, um die Hessen um Offenbach zu sehen. Auf Erkundungstour? Ja, ja. In irgendeinem Restaurant, in der Kneipe. Ich hab doch nicht getrunken. Nur, ich hörte so gerne die Offenbacher, wie heißt das? Sprachlein. Ich meine, es war auch in Offenbach rausgefahren. Da war man überall im Umland. Oder Reuenstammel weiter da. Und kommst du her nochmal? Langen. Langen. Da waren wir ein bisschen drauf. Und ja, und dann haben wir uns richtig darum gekümmert, was für Menschen das ist für uns. Wir wollten wirklich da bleiben. Also wirklich. Und ich hab mich auch wohl überfühlt durchs Publikum auch alleine. Natürlich wüsste ich nicht, wenn eine ganz harte Frage gekommen wäre, wenn einer eins zu eins in Spanien oder zwei Millionen gegeben hätte, dann hätte ich auch gesagt, wir müssen gehen. Ja klar, ne? Aber so war das Thema. Super. Und mir hat das immer gefallen, die Offenbacher, ne? Okay, vielleicht haben sie mich auch ein bisschen bevorzugt. Die Offenbacher. Das Publikum, meine ich. Und das Spiel. Ich hab auch schlechte Spiele gemacht. Aber sie haben mich nicht aufgegriffen. Ne. In Dortmund war das anders. Ja, genau. Darum. Darum. Irgendwas war da. Die Offenbacher und Erwin Koster. Irgendwas. Das hat einfach gepasst. Die Chemie hat weg. Und die Wuppen auch. Die Offenbacher. Ja, ich war nicht der schnellste Sprinter und alles und so. Nur ich konnte am Ball, konnte ich alles. Ne? Und das haben wir akzeptiert. Ne? Und hat Tore gemacht. Ne? War das eigentlich immer so mit dieser, ja wirklich ausgeprägten Ruhe am Ball und der, heute würde man sagen, Coolness? Damals hätte ich gesagt, Ruhe am Ball. Wunderbar. Also das liegen lassen, mal so gucken, ausgucken, drübersteigen, kurz vorbeigehen und versenken. Ja, ja klar. Wir ruhen. Man muss irgendwie, man muss davon überzeugt sein, dass ich am Ball was kann. So. Den nimmt mir keiner weg. Und dann braucht man nicht so wie so ein Idiot da rumrasen und so. So ist man ganz stark am Ball. Ne? Und so schnell nimmt mir den keiner weg. Und so war das auch bei mir. Erwin, da hab ich jetzt noch eine Frage. Es bringt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, die Ruhe am Ball, den Erwin Schaffel. Ja. Hast du den in Offenbach entwickelt? Oder? Ne, das hab ich in Münster gejugend. Und zwar von... Da schon? Wie viel Gerritzen. Das glaub ich gar im Nationalspiel, weiß ich noch nicht. Gerritzen? Holländer? Nein, Gerritzen ist Münsteraner. Er hat bei Prost Münster gespielt. Und ich war Sanktonier als Jugendlicher. Und er war Trainer. So. Und er hat mir den gezeigt. Hat er allen gezeigt. Keiner hat das gemacht. Keiner hat geübt. Gar nicht. Das kann ich wieder. Nur ich. Nur ich. Nur ich. Geübt. Aber wirklich. Ne? Dass das richtig flüssig wird und alles. Und ich hab nur geübt und und und. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Ne? Viele haben von vorher gedacht, der ist geklappt, der kostet das. Der war noch Tenen da immer. Ne? Und äh... Was haben deine, deine Mitspieler gesagt? So ein Siege Held, der hat sowas ja nie gemacht. Ne. Siege nicht. Siege hat sich ja auch um nichts gekümmert. Und nun natürlich um die Mannschaft. Und so. Die Mannschaft. Ne. Zum Verein. Alles. Ne. Aber er hat immer zugegeben, dass er gut gespielt hat. Dass er, der Mannschaft was bringen konnte. Das war dir die Held. Ne. Das war nicht nur, weil er gut spielen wollte. Und sich da irgendwie äh... Neue Verträge auszuhalten. Sondern er war auch für die Mannschaft. Wer noch nicht viel gesprochen hat. Aber das, seine Fähigkeiten waren auch für die Mannschaft. Ja, so wie ich meine Fähigkeiten auch, die Mannschaft Gutes getan habe. Ne. Und, sagen wir mal... Jakob sagte, die Sitzschutor, die Iggersberger, die mir nicht vorlangen geben haben. Das ist das... Ein Rat ist das, oder? Ja. Ihr wart damals das, was man gemeinhin als Team bezeichnet. Ja. Ja. Einfach. Ihr wart richtig, ne richtig, richtig geile Truppe. Ja, eine tolle äh... tolle Truppe hatten die gehabt und passend noch. Irgendwie ganz toll. Wir sind nicht abends da und da hingegangen, aber auf dem Platz war eine Gemeinschaft und das war wichtig. Ja, aber dann wieder die negative Seite, dein bester Freund dort lebt leider nicht mehr. Lothar Skala war natürlich ein Riefenspieler. Der war schnell, der war intelligent, der Lothar. Und ein feiner Kerl. Ganz feiner Kerl. Lothar war mein Freund, dann ist er mein Freund geworden. Ich bin sein Freund geworden und kam auch zu uns nach Hause mit seiner Frau und Freundin. Ja, aber ein netter Mann war das, Lothar. Ein netter Freund war das, wirklich. Also Lothar, wir waren auch ganz zusammen, sind wir dann nach Sakatas. Genau, Indonesien, die Tour, die Silvester tut. Genau, ne, Freundschaftsspiel. Da haben wir auch ein bisschen zusammen was gemacht und wir beiden. Ein bisschen gezaubert. Ja, gezaubert haben wir da auch. War schön. Und leider ist er jetzt gestorben. Ja, die Guten sterben oft zu früh. Ja, das ist so. Das macht man so, ne. Ich möchte noch darauf zurückkommen, der Zusammenhalt auf dem Platz oder im Trainingsbetrieb, aber auch eben außerhalb. Jetzt die Besonderbeziehung zu Lothar Skala. Das eine gab es aber, ich sag mal, insgesamt noch außerhalb des Platzes, Ohne, dass man jetzt jeden Abend in die Häuser gezogen ist. Aber trotzdem auch Zusammenhalt. Wie war das? Jetzt bist du äußert. Ja, die waren ja, außerhalb des Platzes. Wir waren ja fast, also wenn ich Feierabend war, waren wir nicht. Wir haben einmal eine Gruppe gehabt von uns zu Hause. Da kam dann der Fechst mit und da fanden noch Lothar und noch zwei von ihm. Ich weiß gar nicht. Und dann haben wir ein bisschen angespielt bei mir zu Hause. Aber das ging dann auch nur zwei, drei Wochen früh. Und dann nach dem Training, ne. Einmal in der Woche nach dem Training. Und dann interessiert auch keinen mehr und so. Und weil der Dirk mir das gesagt hat, das sollen wir machen. Und das hält auch eine Mannschaft zusammen. Und ich kann von mir auch sagen, ich habe ein schönes Zuhause. Ich habe eine schöne Wohnung, Möbel aus Belgien und alles. Ja, bis ich so schaue, ne. Und äh, und äh, vor allen Dingen hier, hier trinken wir für die Familie so nichts. Ne, wenn die, sagen wir, die ficken zwei, drei Bier beim Gartenspiel, ne. Und dann macht einer einen Unfall, wenn der nach Hause fährt. Und dann, ja, so war's so. War in Erwin, ne. Ja. Das wollten wir nicht, ne. Das wollte meine Frau. Ja, das war schon clever, hatte ich schon. Und ja. Eine Sache muss ich noch mal fragen für unsere Fans. Da gibt es ja Fans und Freunde von der anderen Main-Seite. Die haben dich ganz besonders lieb, schon immer gehabt, oder? Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich nur. Wie kommt das? Ja, weil ich schon beim OFC gespielt habe. Und äh, nicht nur beim OFC habe ich Tor gemacht, äh, gegen. Frankfurt. Wenn ich erstmal so nachgerechnet so, Offenbach war natürlich das Größte, ne. Da habe ich die immer erschossen. Aber so in Bremen, glaube ich, Tor gesossen gegen, gegen Frankfurt. Frankfurt. Äh, selbst mit Offenbach. Äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, wie heißt es in Bremen. Habe ich, ich hab immer, habe ich, gegen Frankfurt habe ich immer Tor. Warum? Weil sie auch nicht. Wahrscheinlich, weil es Spaß gemacht hat. Ja. Aber du hattest dummerweise deine Fiat-Vertretung auch in Frankfurt, ne? Genau. Richtig. Und äh, 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 die haben mich dann nicht mehr, wie heißt es, äh, bedient. Also... Ja. Und das war ja auch relativ früh gewesen, ne? Das war ja, glaube ich, das erste Derby in der Bundesliga, wo wir dann in den letzten fünf Minuten das Ding gedreht haben. Ja, das war, ja, das war, ja, das war am Anfang. Ja, ja, das war am Anfang. War dritte, vierte Spiel, glaube ich, nur so, also vier Augen, glaube ich. Ich glaube, es war ein bisschen später gewesen. Ja? Ein wunderschöner Samstag-Nachmittag mit Sonnenschein. Ja. Und ich hätte mal so gesagt, das ist vielleicht so Oktober, äh, 72 gewesen. Die Eintracht hat in, wenn ich mich richtig erinnere, in Schwarz-Bot gespielt und wir in Grün-Weiß. Bin wir nicht ganz sicher? Ganz sicher, ja. Ist richtig. Ist richtig? Richtig. Und, äh, die beiden Tore dann Richtung Hieber damals? Richtig. 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 Ich glaube, Winnie Schäfer machte das 1-0? Nein, nein, da hat mir die Vorlage gegeben zum 1-0. Ich hab da drei Tore geschlossen. Äh, ne? Der Winnie hat ne wunderbare Vorlage. Ich hab den über Doktor Kunter abgehoben, da war er drin, ne? Ja, und dann, äh, hat der Grabby, ne? Das war die große Stimme von Grabby. Ja. Der hat dann zwei Dinger gemacht, ne? Und dann haben wir nur geguckt, ja. Dann, äh, der Hese, das war mein Gegenspieler. Du hast die Hese. Hält mich auch nie. Und das tat weh, ja. Und da hab ich so gemacht. Und, äh, bleib bloß drin, du! Und, äh, war am Tau. Und, nee, zwei Handtür für, 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 Ding. Und so richtig genug. Ich hab die rumgerumpelt, wenn die rumgerumpelt. Sie gehält, geht links durch. Flankt, ich dazwischen, bumm, 2-2. Da war man schon zufrieden, ne? Und, äh, letzte, äh, Minute, zwei Minuten verschluss oder was weiß ich. Und, äh, Semlic, Nico, geht durch. Von der Seite von links nach, in die Mitte so rein. Und auch das Ding drauf. Kommt auf mich zu. Ich lass mich fallen und bin weg. Nein. 3-2. Das war in Offenbach. Da war die Hölle los in Offenbach. Da war die Hölle los, wirklich. Das haben wir noch nicht erlebt, ne? Da hätte man jetzt wirklich sagen können, es war ein pickepackevolles Stadion. Ja, wahr. Oh, ja. Über 30.000. Ja. Und es war ja auch noch so, dass keine richtige Fantrennung gab. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Faszinierende. Es gab, das waren ja Zeiten, wo es noch keine Blocktrennung gab. Ja, trotzdem. Der Blockzentrum von Frankfurt schon zusammen. Die standen schon zusammen, aber wir standen mit denen unter, unter einer Tribüne, unter der Stehtribüne, unter demselben Dach. Das muss man sich nur mal vorstellen. Das ist heute undenkbar. Das hat die heutige Stadion nicht mehr aufgemacht. Rund um den Erwin und aber auch noch mal ein Stückchen Literatur um Kickers Offenbach herum. Das hat ein Fußballfreund von uns, der Jochen Wicklaus mit initiiert. Wir sind zu fünft gewesen und einfach die Geschichte von Kickers Offenbach. Und auch da geht es eben um, sag ich mal, gesellschaftskritisches, was sich rund um den Fußball abgespielt hat. Und was man auch immer wieder mit bewerten muss und dafür auch kämpfen muss. In dem Sinne. Dankeschön. Also du hast viele, viele Grüße und Geburtstagswünsche bekommen von Offenbarer Kickers. Ja, was denkst du, was sagst du? Ja, grandios ist das. Also ich habe wohl gedacht, dass ein paar Fans von früher, die werden mir schon gratulieren und schitternd in jeder Zeit. Aber das ist ja überwältigend. Aber das sage ich wieder, das sind wieder Offenbarer Fans und so. Und das macht mich unwahrscheinlich stolz und glücklich. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Aber Offenbach war für mich immer der Verein, wo ich mich ausleben konnte. Wo ich meine Stärke zeigen konnte. Und das war mir wichtig, auch was mir wichtig war, dass das Publikum und die Fans von Offenbach mir auch meine Fehler vorziehen haben, weil ich nicht so schnell war. Offenbach, ich will heim nach Offenbach zu den Kickers. Offenbach, auch den Biberg. Offenbach, wer macht hier den Gegner Platz? Kickers, Offenbach. Lieber Erwin Kostete, es ist uns eine große Ehre und eine Freude von den Offenbacher Kickers zu gratulieren. 75 Jahre jung, sage ich mal, denn die Erinnerungen, die sind und bleiben einfach immer jung. Die Fanszene gratuliert derart. Wir haben ganz viele Posts bekommen auf unseren sozialen Medien. Wir haben es auf der Website drauf. Und wir haben etwas mitgebracht, was dich hoffentlich doch ein bisschen erfreut. Und zwar haben wir ein Jubiläumstrikot zum 120. Geburtstag der Offenbacher Kickers. Das sieht so aus. Und so muss es natürlich aussehen. Mit Erwin und der 75. Boah, da muss ich aber auch stehen. Ich bedanke mich. Dankeschön. Das freut uns sehr. Und es sollen gute Erinnerungen bleiben an die Offenbacher Fans. Das ist ganz toll. Dankeschön. Und viele Grüße an alle Fans von Offenbach. Und die haben mich immer gerne gehabt. Und ich konnte immer nach Offenbach kommen. Ich bin immer mit offenen Armen gefangen worden. Nur schade, dass ich damals zum Offenbach nach Berlin gehen musste. Meine Frau hat es auch noch gut gefangen. Sonst wäre ich heute noch in Offenbach. Ja, Erwin. Du warst ja schon lange nicht mehr auf dem Bieberer Berg. Aber du hast da noch einen Namen. Und zwar nicht nur bei vielen älteren Zuschauern, sondern auch bei Spielern der heutigen Generation. Ich will dir da gerade mal was zeigen. Komm mal ein bisschen näher. Ja. Vielleicht, weil das so ein bisschen blendet. Pass mal auf. Ey Jungs, ich hab hier was für euch. Schaut mal, was ich da habe. Erwin Kostede. Tor des Jahres. Boah. Stark, Erwin, Junge. Keiles Tor. Erwin, in diesem Sinne. Alles Gute zum 75. Viel Gesundheit. Nur das Beste für dich. Danke. Sehr nett. Alles Gute. Bleibt gesund. Danke. Erwin, alles Gute. Ich glaube. Gesundheit. Alles, was dazu gehört. Dankeschön. Ja. Das ist die... Das ist aber toll, ne? Heutige Spieler-Generation, ne? Ja, ganz toll, ne? Ja, ganz toll, ne? Für die bist du auch noch ein Vorbild, natürlich. Also, die kannten ich noch, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt in Offenbach, glaube ich, von 1-Jährigen bis 99-Jährigen niemanden, der dich nicht kennt. Ach. Also, du hast viele, viele Grüße und Geburtstagswünsche bekommen von Offenbacher Kickers. Ja, was denkst du, was sagst du? Ja, grandios ist das. Also, ich hab wohl gedacht, ein paar Fans von früher, die werden mir schon gratulieren und schitternd in jeder Zeit und denken, aber das ist ja überwältigend. Aber das sag ich, das sind wieder Offenbacher Fans und so. Und das macht mich unwahrscheinlich stolz und glücklich. Mehr kann ich darüber nicht sagen, aber Offenbach war für mich immer der Verein, wo ich mich ausleben konnte, wo ich meine Stärke zeigen konnte. Und das war mir wichtig. Auch, was mir wichtig war, dass das Publikum und die Fans von Offenbach mir auch meine Fehler verziehen haben, weil ich nicht so schnell war. Offenbach, ich will heim nach Offenbach zu den Kickers. Offenbach, auch den Biberg. Offenbach, wer macht jedem Gegner Platz? Offenbach, wer macht jedem Gegner Platz? Offenbach, wer macht jeder Zeit, wer macht alles.